Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Dragos News. Heute mit ein paar Planänderungen, ein paar Wünsche möchte ich eingehen und Champions of Rechnung. Ja, also das erste ist eure Wünsche und so. Ich bekomme immer wie mehr Abonnenten, das ist klar, aber dafür weniger Aufruf. Und jetzt frage ich mich, ja, mache ich etwas falsch oder, ja, wollt ihr irgendwie so etwas nicht oder so. Es ist nichts Schlimmes, aber ich dachte, ich werde langsam, ja, so ein bisschen bekannt und dass die Leute auch etwas von mir wollen und etwas verlangen. Mir ist es einfach, YouTube, ein bisschen langweilig geworden, weil nichts passiert. Nicht so viele Nachrichten kommen aus von ein paar Minecrafter auf dem Groupcraft-Server und ein bisschen von Rechnung, aber sonst leider nicht. Ja, würde mich wünschen, ein bisschen mehr kommt. Und eben, ihr dürft Sachen wünschen. Wenn euch ein Video fehlt, ich es nicht mache, sagt es Bescheid und ich mache es. Und, ähm, ja, ich will es, dass euch es gefällt. Mir muss es nicht so gefallen. Ich will einfach, dass es euch gefällt. Und, ja, vielleicht werden, vielleicht mögt ihr mich ja dann auch ein bisschen mehr oder so. Also, je nachdem, ähm, ja, vielleicht muss ich auch noch warten, weil viele Leute nicht, ähm, ja, die Videos zu unspannend finden oder sonst irgendwas. Es ist klar, ich bin momentan so extrem am Trainieren, ich habe richtig manchmal Kopfschmerzen oder einfach nur Müdigkeit oder so, weil ich die ganze Zeit Temperaturunterschiede habe. Momentan ist es recht schwül bei uns oben und recht ein starker Wind geht und so. Wenn ich draußen gewesen bin, gerne reinkomme, ein bisschen ausruhe und dann Videos aufnehmen, da geht es mir leider manchmal nicht so gut. Momentan geht es mir gerade sehr gut, aber, ja, das ist nicht immer so. Ja, und, ähm, wenn ich ein bisschen demotiviert bin oder so, tut mir leid, sagt es mir, ich sei, ähm, ja, so ein bisschen angeschlagen oder so, und ich werde es dann natürlich wieder ein bisschen besser. Ausweichchance. Hm. Schaden und Verfassung. Ich könnte Ausweichchance machen, nehmen. Für Verfassung. So. Und der Ring möchte ich gerne, wo ist der Ring? Da. Hier reintun, ja. Ähm, so, zum zweiten Thema. Das ist momentan der Sport. Ich bin extrem momentan am Trainieren. Ich möchte Erfolg haben im Sport. Und deshalb kommen vielleicht manchmal ein paar weniger Videos. Tut mir leid. Ähm. Ich versuche, Videos zu drehen. Ich versuche, sie hochzuladen, aber manchmal kommen halt nur zwei oder drei Videos pro Tag und nicht fünf. Ähm. Ich weiss nicht, die Videos sind sehr lang, also wenn ihr die ganzen Videos schaut, dann habt ihr genug zu tun und so. Ähm. Und eben, dass ich ein bisschen motiviert, demotiviert manchmal bin, fast ein bisschen depressiv klinge. Ähm. Ähm. Es ist hart für mich, also manchmal, also es ist richtig. Ähm. Es braucht Überwindung zum Aufnehmen, oder? Ich tue liebend gern aufnehmen, aber manchmal bin ich halt nicht so extrem motiviert. Aber, ähm. Habe ich eine Community um mich, habe ich Freunde, habe ich alles um mich, dann geht es mir viel besser und, ähm. Könnt mir dabei sehr, sehr viel helfen. So, dann kommen wir zu Regnum. Momentan ist ja das Regnum Let's Play im vollen Gange. Da dürft ihr mitmachen, da dürft ihr dabei sein, da dürft ihr mir helfen, euch helfen, also dass ich euch helfe und so weiter. Ihr müsst dafür nur bei Valhalla, auf dem Server Valhalla, zu den Igen kommen und mich Bescheid sagen. Eigentlich heisse Marauder Drago meistens und im Let's Play heisse ich Maximus Drago. Und, ja, mit mir Bescheid sagen, wenn ihr wollt. Es ist richtig gut, das Game. Viele sagen, es sei langweilig oder scheiss oder so. Das stimmt überhaupt nicht, also man muss sich die Motivation halt holen hier im Game. Wenn man die ganze Zeit grindet, natürlich ist es langweilig, aber wenn man so viel Spass und unterschiedliche Sachen macht, wie ich jetzt momentan, dann ist es richtig gut, das Game, für so ein unter, ähm, ja, so für so ein, ähm, nicht gerade umworbenes Game. Ähm, ja. Und wir können richtig hier viel Spass machen. Floster ist gerade dabei, einen Clan zu machen. Ähm, ich habe die anderen nicht dabei, aber mega cool, man ist seit heute dabei. Hallo und Willkommen. Da ist der Floster, ja, mit seinem Pferd, das kenne ich immer sofort, er hat einfach mal das teuerste Pferd gekauft. Zwar nicht das teuerste Reit hier, aber das teuerste Pferd und, ja, richtig cool. Und ich habe ja auch recht viel, ich könnte auch noch etwas teueres kaufen. Aber ich warte und tue dann Schriftrollen kaufen fürs Level, Leveling-Schriftrollen. Und, ähm, im Clan könnt ihr dann auch sehr viel sparen, weil ihr dann keine EXP-Schriftrollen braucht, ähm, weil wir dann zu 8 leben oder so. Das geht hier dann viel, viel, viel schneller. Und, ja, wir haben gesagt, wir zwingen, zwingen niemanden hier im Regnum etwas auszugeben. Ihr könnt das Game, ähm, das Game kostenlos erwerben. Bei Steam zum Beispiel oder so. Oder manuell runterladen. Und, ähm, ja, dann könnt ihr in den Clan gehen, sobald ihr Level 15 seid. Und wir werden alle annehmen, aber Leute rauswerfen, die entweder inaktiv sind oder Scheiße machen. Aber da sind wir überhaupt nicht streng. Und wir werden sehr viel planen. Also wir machen dann immer wieder Raids und, ähm, schlachten. Wir machen Fun, einfach mal lustige Sachen oder nerven ein paar Sürden oder Eisen und so weiter. Also, es ist viel geplant in der, im Clan. Und, ja, ich freue mich riesig. Ich erhe hoffentlich auch. Und, ähm, sagt mir Bescheid. Traut euch. Ich bin ein netter Kerl. Und, ähm, wenn ihr Fragen habt, nur Fragen. Und, ja, so, das war's von, ähm, Dragos News. Vom 7., 8., 9., weißt du jetzt nicht genau, welchen ist heute. Und, ähm, ja, der nächste kommt dann, wenn ich wieder Neuigkeiten habe. Und sage deshalb jetzt mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Bye.